So, jetzt spielen wir auch einmal durch. Dann kommt zweimal oben das FIS, also die E-Seite abgedämpft. So, abgedämpft. So, und jetzt kommt einmal das E. Hallo liebe Leute, hier ist Christoph von Christophs AutoPlays, der mit dem Hut. Und heute heiße ich euch willkommen zum Tutorial von Jerry C. Cannon Rock und zwar der zweite Teil davon, den ich hier mache. Ja, wir haben schon im letzten Video das Intro gelernt. Jetzt spielen wir den coolen Distortion-Verzerrungs-Akkord-Part, Rock-Part, der mega schwierig ist zu spielen. Und den werde ich euch ganz langsam und ganz leicht in meiner Lesson zeigen. Ja, die Gitarre ist auf normal gestimmt und wie gesagt, dann gehen wir jetzt einfach rein und machen weiter mit dem Lied. So, ja, wir schalten uns auf den hinteren Tonabnehmer und dann geht es auch direkt los. Wir müssen einen Power-Akkord bzw. Rock-Akkord müssen wir im fünften Bund auf der A-Seite spielen, einen D. So, den spielen wir einmal durch, dann haben wir eine Viertel. Sieht das ja ganz gut aus meiner Head-Over-Camp. Zeigefinger, Ringfinger, kleine Finger. So, den spielen wir durch. Dann spielen wir zweimal Achtel abgedämpft auf der Bassnote, also auf der 5 auf der A-Seite. Jetzt lösen wir unten einmal den kleinen Finger und den Ringfinger auch, spielen dann auf der H-Seite die 8. Und dann mit dem Ringfinger die 7. Und danach spielen wir dann zweimal die 5 wieder auf der A-Seite als Bassnote. Und ihr müsst so viel wie möglich immer abdämpfen, weil die Noten dürfen nicht so ineinander überklingen, sondern ihr müsst immer schön als abdämpfen. Diese 8 und die 7, die wird quasi getrennt voneinander, werden die gespielt im Verhältnis zu den 5 und die dürfen auch nicht durchklingen. So, jetzt geht's hoch auf den gleichen Akkord, also auf den gleichen Griff, nur auf der E-Seite. Also in der 5 auf der E-Seite, das ist ein A. Spielen wir eigentlich fast das Gleiche. So, wir spielen den einmal durch. Spielen oben zweimal abgedämpft. Und jetzt spielen wir die H-Seite bzw. die B-Seite, spielen wir unten auf der, halt hier auf der B-Seite, unten im 5. Bund, spielen wir die einmal an. Also wir halten Barré. Ich will jetzt nicht sowas irgendwie, irgendwie sowas umswitchen. Das brauchen wir nicht, weil, oder so viel Zeit haben wir eigentlich auch gar nicht. Also wir bleiben auf dem Barré und spielen unten den Barré 5. Und dann, ja, mit Ringfinger, kleiner Finger, wie ihr möchtet, könnt ihr dann diese 5 umspielen. Dann lösen wir den gesamten Akkord und spielen dann die A-Seite zweimal abgedämpft. Seht ihr hier ganz gut in den Noten drin. Ist ja alles schön abdämpfen. Und dann geht's halt hoch auf die 2. Aber wir machen erstmal nochmal diese, diese beiden Akkorde. Also die 5. Nochmal. So, jetzt geht's hoch auf die 2. Gleicher Akkord, Power-Akkord, Rock-Akkord. Wie ihr das möchtet, auf der 2, auf der A-Seite. Ja, das wäre jetzt ein H. Und wir spielen wieder den ganzen Akkord durch. Und spielen dann wieder die A-Seite zweimal abgedämpft. Jetzt wird's ein bisschen knifflig. Jetzt müssen wir einmal die 2 unten auf der H-Seite spielen. Spielen wir unten. Dann spielen wir oben die 2 auf der A-Seite. Dann gehen wir mit dem Mittelfinger auf die 3. Spielen die einmal an. Und spielen oben dann wieder die 2 auf der Bass-Nutern. Und dann müsst ihr versuchen, diese 2 und diese 3 nicht wieder durch das, ähm, durch den Palm-Mute oben von der Bass-Note durchklingen zu lassen. Da könnt ihr so einen kleinen Trick machen. Könnt ihr hier den Zeigefinger so ein bisschen ein bisschen flitschen lassen. Ein bisschen nach oben setzen. Die Saite muss nur das Buntstäbchen verlassen. Und dann klingt sie nicht mehr. Ja, in schnell geht das ein bisschen besser. Aber da müsst ihr auch hier dieses mit dem String-Skipping müsst ihr dann betreiben, ja. Hin und her switchen. H-Seite, A-Seite. Fällt sehr vielen schwer. Ja, deswegen machen wir auch viele so. Machen einfach nur unten die H-Seite und die, also, äh, und die A-Seite vernachlässigen sie. Ja, das ist doof. So, wir spielen mal alles nochmal von vorne. Also. Was? Und dann geht's hoch. Jetzt hier geht's hoch auf die, ähm, also von dieser, von dieser 2, auf der A-Seite gehen wir auf die 2, auf die E-Seite. Das ist das Fiss. So, dann spielen wir auch einmal durch. Dann kommt zweimal oben das Fiss, also die E-Seite abgedämpft. So, abgedämpft. So, und jetzt kommt einmal das E. Einfach Zeigefinger über den zweiten Bund, ähm, über A-Seite und D-Seite. So. So. Einmal durchgeschlagen. Dann oben die E-Seite einmal frei, also auch einmal abgedämpft. Jetzt kommt die 2 auf der E-Seite wieder. Oben einmal abgedämpft. Und dann die 3 auf der E-Seite. So. Ich selber spiele aber nicht diese abgedämpfte 2 zwischen der 2 und der 3. Ich spiele das immer als Leerseite auf der E. Ja, ich hab das mir so angewöhnt. Ihr könnt beides machen, ja. Es ist eigentlich irgendwie beides richtig. In der Hitze des Gefechts hört man es jetzt eh nicht raus, ob es jetzt ein, äh, ob es jetzt ein E ist oder ein Fiss. Man hört einfach nur einen perkussiven Ton. So. Einmal bis dahin. So. War das richtig? Nein. Ich hab's da ein bisschen anders gespielt dran. So. Aber ich glaub, ich hab's so gespielt, oder? Hm, ich weiß gar nicht. Übrigens, wenn ihr bei dem ganzen Problem habt, bei dem Intro oder hier den Teil oder die Teile danach, ihr könnt gerne das Ganze mit mir mal im Video-Unterricht durchsprechen. Dann kann ich mir das mal anschauen, wie ihr das spielt. Kann ich euch Tipps geben, kann ich euch, äh, schneller dazu verhelfen, das ganze Lied, äh, zu spielen. Nutzt das auf jeden Fall. Da gibt es einen Link unter dem Video. Kommt auf meine Internetseite, könnt ihr euch alles durchlesen. Gibt alle, alle Infos dazu. Und dann könnt ihr mich anschreiben mit mir in den Termin vereinbaren, ja. Wenn euch das Video und die ganze Videoreihe gefällt und es euch weiterhilft, dann würde ich auch, äh, mich darüber freuen, dass ihr hier bei dem Video einmal mir einen Daumen nach oben gebt, ne. Das, äh, hilft mir als YouTuber sehr, sehr weiter. Außerdem sehe ich dann auch dadurch, äh, wem das oder wie vielen Leuten das, äh, wie du denn hier überhaupt gefällt, ja. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch meine Facebook-Seite liken. Da bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Da poste ich immer alle, alle Videos und auch noch andere Sachen, Gedanken von mir und Umfragen und, 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 ja. So. Dann gehen wir weiter. Ja, es wird nämlich jetzt ein bisschen knifflig. Uh, jetzt direkt nicht, aber gleich. Äh, also wir kommen aus dem. So, dann spielen wir dreimal, also wir spielen diese 0, 2, 3. Dann spielen wir dreimal die E-Seite oben. Dreimal hintereinander. So, jetzt legen wir hier den Mittelfinger auf, äh, die G-Seite auf, sodass wir ein normales G-Dur spielen würden. Wir spielen jetzt aber hier die D-Seite und die G-Seite nur an. Ihr seht das ganz gut in den Tabs und in den Noten. Wir spielen hier an und sliden direkt runter. Machen ein Slide, einfach zwei Bündel weiter. Viele switchen dann um mit dem Finger. Man kann einfach den Mittelfinger runterpacken. Und dann geht's nach unten, zwei Bündel. Also, wir kommen aus. Einfach so runter. So. Dann gehen wir wieder auf die 5 auf die A-Seite. Und jetzt wird's ein bisschen blöd. Und zwar, wir müssen jetzt die 8 spielen auf der H-Seite wieder. 8, 7, 5, 7. Das Blöde ist, die 8, die erste, ist ein Pinch-Armonic. Pinch-Armonics erzeugt ihr, indem ihr das Plektron ganz kurz haltet. Hallo. Und? Äh, wo ist es? Ja. Seht ihr es? Irgendwie, ich hab's ganz, ganz kurz und tippe die Seite nur. Eben, wenn das hier die Seite ist. Oh, das ist ein bisschen schwierig hier, der Winkel. So. Dann kommt das Plektron hier an. So. Tippt die Seite an. Und ich tippe direkt mit dem Daumen so seitlich noch dran. Und dann kommt der Pinch. Den Pinch muss man sich aber merken. Es gibt mehrere Pinchs hier an der Seite. Und den muss man sich merken. Das Blöde ist, wenn man jetzt die 8 pincht, kommt bei mir sehr, sehr oft und bei vielen, vielen anderen auch. Die nächste Note muss man sich sehr darauf konzentrieren, dass sie nicht gepinched ist. Da muss man wieder das Plektron drehen. Wenn man jetzt das nicht macht, das ist halt so ein Mikroprozess. Eine ganz kleine Drehung des Plektrons. Wenn man das nicht macht, hat man einfach die ganze Zeit Pinch. Das geht natürlich auch. Hört sich auch cool an. Ja. Aber im Lied hört man es raus. Die 8 ist gepincht. Manchmal trifft man den Pinch auch nicht. Dann hat man einfach. Ist natürlich auch vollkommen okay. Aber das ist so diese Präzision, die wir haben wollen. Dass wir sagen, die 8 wird gepincht. 7, 5 und 7 wird dann nicht gepincht. 8, 5 und 7 wird dann nicht gepincht. So. Dann. Also wir gehen jetzt von diesem. Jetzt gehen wir wieder auf die 3 oben. Wir spielen wieder zweimal abgedämpft. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall lösen. Jetzt gehen wir auf die 4. Jetzt kann man sich streiten, wie man es jetzt spielt. Wir müssen 4, 6, 7, 6 spielen. Und auf 4. Und dann die 6 ist gepincht. Und hier in den Unschicht. Als Slide. Kann man auch machen. Ich mache es mit dem Ringfinger, mit dem Kleinfinger. Seht ihr ja ganz gut hier. Und dann gehen wir auf die 5. Als Endakkord. 5 auf der E-Seite. Jetzt gehen wir auf die 6. Auf die G-Seite. 6. Jetzt kommt die 7. 9. Und wieder die 7. Muss man ein bisschen darauf achten. Hat man manchmal ein bisschen falsch im Kopf. Bei dem ersten Mal 4, 6, 7, 6. Jetzt kommt 6, 7, 9, 7. Und da auch Pinsches reinsetzen. Und dann geht es wieder direkt von vorne los. Also wir sind von dem hier mal. Und dann geht es weiter. Das wäre eigentlich jetzt schon dieser ganze, 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 ganze Part. Ja, von vorne bis hinten. Wir spielen es jetzt nochmal langsam durch. Dass ihr es euch nochmal merken könnt. Also, fünfter Bund. Nein. Ich will jetzt immer den letzten Teil spielen. Nein, wir sind am Anfang. Nein, wir sind am Anfang. Sehr gut. Und jetzt spielen wir jetzt mal einmal ein bisschen schneller. Ja, wir kommen ja unten aus dem Teil. Okay. Musik Der Teil kommt dann später noch dazu, also der Teil kommt dann quasi im nächsten Video, ja, und den nenne ich dann auch Teil 3, dann kommt Teil 4, und zur Zeit arbeite ich an Teil 5, und dann reicht es auch mit dem Lied, weil es ist auch sehr, sehr lang, kommen sehr viele Solos und so, und das kann eh kein Mensch spielen, ja. Ja, wie gesagt, übt das langsam, verbindet das jetzt mit Teil 1, und jetzt quasi den Teil 1, Teil 2 dann verbinden, und einfach mal mit dem Lied mitspielen, das ist auch sehr, sehr cool, einfach mal versuchen, und schauen wir mal, ob ich davon vielleicht auch einen Backing-Track mache, vielleicht ja, vielleicht ja, denke ich mal, wäre ja auch nicht schlecht. So, alles klar, ich wünsche euch alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, Christian von Christus Autoblays, der mit dem Mut, macht's gut, ciao! Junge